Ich habe dann auch was gekauft, und ich hab das gekauft, äh, Wurst, hab aber so ein Fladenbrot geknickt, Wurst und Säuerhut inzwischen. Ja, hab ich schon abgebissen, das sieht man ja. Wo geht's doch? Mal gucken. Ich hatte bloß das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich mich da ausdrücken sollte. Und da vor mir waren aber zwei hinten da dran, und da hab ich gesagt, einfach das Gleiche, mit dem Fingerlauch gezeigt. Hat einfach so was gegeben, aber man muss sich nur zu helfen. Die Haarland stared想 2018, die sich auf jeden Fallei durch den thankschannulieren. So, jetzt gibt es unser Vorstellungsgericht. worldsle Perhaps Definite Hallo? ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke mal, mehr als die Hälfte ist das Doppel-Dohrung. Allein der Sprit-Fabrik ist ja 1,50 € und hier kostet es 90 Cent. 2,50 €. Das ist neun Hintergrund. Und auch Spaß. Ich muss sagen, es ist in Ordnung, wenige brauchen oder gar keine. Die sind alle schon in Wettbewerb. Die sind ausgemacht. So, das ist jetzt vorne. Da genau, wer ist. Und dann rechts. Sehr. Der ist ein Barsch. Der ist ein Barsch. Steig nach dir. Mest dir in etwa. Gehladen, losgegessen vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Letzte, die Führung jetzt in Obranien, mit dem Erdwarten. Kai Laker. 9.30 Uhr, Maxillista. Letzte, jetzt ist hier in Ordnung. Wo bin ich? Wir können Pfeffer. Wir können hier in Ordnung. Wir können hier in Ordnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Svide Naljavo, Slektuva, Svide Nadiastro. 150 m. Prodlžete na lavo. Prodlžete na lavo. Prodlžete na l sais. Prodlžete na lavo rozirati nesroust. Prodlžete. Jetzt kann ich noch mal wiederholen. . . . . . Es ist möglich. Es ist möglich. Ich habe es möglich. Ich bin ein bisschen an das. Es sieht nach dem, es ist möglich. Schnappern. Auf, dann ist es hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020